servus meine lieben freunde und herzlich willkommen zu einer brandneuen folge hier mit the forest ich grüße euch schön dass ihr mit dabei seid meine lieben freunde ihr seht ja ich bin jetzt hier noch nicht wirklich vorwärts gekommen jetzt in der letzten folge habe ich mir den camcorder geholt und die keycard weil ich einfach mal was anderes machen wollte als statt hier ewig mal zu bauen aber jetzt müssen wir natürlich auch mal sehen dass wir hier in der base ein bisschen vorwärts kommen deswegen habe ich mir folgendes überlegt gehabt ich werde heute mein leben riskieren werde wieder hier ein paar bäume abholzen und werde mal sehen dass ich heute mal die türme und wenigstens die brücken fertig bekomme weil ich habe hier schon die türme angezeichnet ja dann hier die eine brücke die ist noch unvollständig die müssen wir auf jedem fall noch fertig bekommen und ja da ist noch ein bisschen was zu tun freunde aber wie man es nicht anders von mir kennt ich habe erstmal hunger erstmal muss ich was essen erstmal muss was zu essen in den magen rein und nur so kann man mich dann auch ordentlich arbeiten da essen so aber mal ähm ich bin jetzt nicht sicher war hier schon was zu trinken drin gewesen da haben bisschen was wenigstens dankeschön dankeschön wenigstens würde mir mal ein bisschen was zu trinken gegönnt so weil ich jetzt hergehen werden mich jetzt sehen dass ich die wegelchen wieder nach der oben bekomme die werde ich mich dann jetzt voll ballern mit und werde nämlich schauen dass ich mich dann wenigstens heute die türme fertig habe die dachte ich mich jetzt alle drei hier so niemanden dahin stellen sagt sagt ich glaube es wird dunkel ich weiß nicht wann ich bei der letzten folge hier aufgehört habe was sagt man hier das ding zum überspringen okay dass noch ein bisschen zeit ist es sagt dass noch ein bisschen zeit ist okay und vertraue ich einfach mal darauf weil wir ein bisschen ausdauer wieder voll ist damit wir vollgas geben können wieder schön tränen dankeschön wir müssen es aber wenigstens heute schaffen dass wir wenigstens noch mal ein paar bäume gefällt bekommen wenigstens die türme fertig bekommen kann ja nicht sein dass ich hier ewig jetzt hier an den türmen rummache so hier noch das begelchen rundrum sehe ich momentan nichts also sind wahrscheinlich gerade keine mutanten in der nähe was sei dank so zack ich glaube das wird jetzt heute nichts mehr wenn wir wenigstens hier versuchen dass ich hier schon mal wenigstens ein zwei bäume umgemietet bekomme da sehr schön ging schon mal etwas da habe ich hier wegen schon mal ein bisschen holz drauf da habe ich wegen es heute schon mal ein bisschen was hier geleistet freunde oh rehe hallo da warte mal machen wir hier hinten noch den baum schnell da den schaffen wir noch oh stock nehme ich mit dankeschön oh ich sehe da unten besucher dann war eben einer ich habe ihn gesehen ich habe ihn gesehen okay warte mal wir flitzen mal schnell nach unten oh da steht er ja du kriegst mich nicht ist das hier so ein Speer der mich ausspionieren soll ja ja alles klar oh da kommen ja noch mehr okay ich verschwinde oh hör auf damit so jetzt nix so warte mal wie sieht es denn hier mit dem springen aus oh das dauert ja noch ewig lang okay warte mal ich gehe mal nach oben ich schaue mir mal die geschichte von oben an so wo seid ihr denn da unten macht er rum okay warte mal oh was macht er denn da unten ja ja ist in Ordnung hol mal rum ach daneben ist er nicht oh einer down ach komm schon wie für der war ich krieg euch alle da 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 oh nicht runterfallen ouch nein das war schlecht das war schlecht das war grottenschlecht wehrt euch doch nicht das war schlecht was macht ihr denn da draußen seid ihr dumm oder was wo bist du zeig dich ach da bist du ja so hier oh ich habe sie alle niedergemetzelt ist das nicht hammer okay warte mal ich schmeiße die mal alle hier rein wo kommt ihr denn her ey lass mich auch zuhauen ja lass mich auch zuhauen oh ja ist klar ist klar das sind mir die 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 ganze zeit zuhauen dürfen und ich nicht jetzt ziegern jetzt ziegern oh alter du bist zu nervig so ach ja kommt noch einer ist klar ist klar und dann kommt noch eine patrouille ist klar dankeschön so komm hier mal schnell abhauen wo die mal alle hier her kommen du oh hier muss ich mal ganz schnell sehen dass ich hier vorwärts komme warte mal ich brauche mal hier schon einen schnellen snack mal einen schnellen snack da und hier was trinken dankeschön hier damit die ausdauer wieder hoch geht so wo wart ihr gesellen hier sind sie das sind so die situationen wo ich mir denke ey ich werde in meinem leben hier nicht fertig werden mit meiner base oh zack so hier liegt auch noch ein ganzer stapel rum hehehe oh so 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 zack oh oh das wird jetzt zum Spaß Freunde ein riesiges Mutanten Barbecue wird das so okay warte mal hier sind schon einige Pfeile drin äh Pfeile Knorren meine ich Knorren so warte mal da gehe ich jetzt mal her mal sehen dass ich hier ganz viele draufgeschmissen bekomme so hier zack in der großen Hoffnung dass ich diese ganzen Pfeile äh Pfeile ich sage schon wieder Pfeile die ganzen Knochen auch gleich verwenden kann okay warte so so okay warte mal ich muss mal schnell gucken ähm eins zwei drei vier fünf sechs eins zwei drei warte mal einen habe ich vergessen da bitte schön dankeschön so komm mal hier die müssen wir mal schnell alle anziehen so mal hier schnell die Totenköpfe jetzt zur Seite warte so warte hier auch noch oh zu viel zu viel zu viel zu viel zu viel zu viel so okay warten mal ganz schnell hier wieder eins zwei drei vier fünf sechs eins zwei drei zack sehr schön eins zwei drei vier fünf sechs eins zwei drei zack danke Dankeschön auch gleich wieder anziehen Dankeschön so jetzt habe ich übrigens volle Rüstung geil ach das lasse ich doch nicht hinsetzen ey doch mal auf damit so komm kriegen wir auch noch hin eins zwei drei vier fünf sechs eins zwei drei dann habe ich auch gleich welche im Vorrat warte mal zack zack sehr schön hier und noch schnell hier die restlichen oh Schädel gehen wir weg da so habe ich habe ich habe ich habe ich ach was habe ich denn jetzt gemacht da zack so seht ihr habe ich mich auch gleich welche im Vorrat nice so warte mal gehe ich jetzt her egal ich würde es einfach überspringen wenn wir es wieder hell haben und wenn ich nämlich jetzt hergehen kann kann man endlich vielleicht mal Holz holen vielleicht so hier nochmal was zu essen Dankeschön so kriege ich da hinten noch was zu trinken raus hallo nix zu trinken für den Dock Dankeschön muss ich halt lieber was trinken so jetzt aber so ist jetzt Ruhe hier oder bin ich gleich wieder besucht das war ja mal rein gar nichts hier so also wie gesagt der Plan ist jetzt ich gehe her schaffe jetzt mal ganz schnell Holz in meine Base sehe zu dass ich meine Türme fertig bekomme und meine Brücken fertig bekomme damit ich wenigstens schon mal das hier wenigstens dann fertig habe und ich glaube mit dem Haus brauche ich erst gar nicht anfangen weil äh das Problem ist ganz einfach bei dem ganzen Material was ich brauche bin ich ja dann hier glaube ich dann nur noch am kämpfen so viele Mutanten wie hier oben machen so schönes Ding so da da auf mit da auf mit so gleich der nächste Baum Freunde gar nicht lange warten dann immer schön bauen immer schön abbauen immer schön in der Base aufbauen Hauptsache wir kommen vorwärts Bums so wo ist der nächste Baum da ist der nächste Baum so so da 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 so komm nehmen wir gleich den hier der steht so schön da und hat mich angelächelt da da Vorsicht Bambi so der ist voll also jetzt nur noch der hier so warte mal nehmen wir jetzt nochmal hier einen Baum von hier oben würde ich sagen zack da passt aber dann noch was drauf ja passt noch was so okay warte mal wo gehen wir hin da gehen wir hin oh warum machst du das denn du sollst den Baum umhauen du sollst ihn nicht verhauen du sollst ihn umhauen Kollege Dankeschön sehr freundlich von dir so alle drei Wege sind voll sehr schön so dann bringen wir die mal ganz schnell in die Base zurück bevor hier wieder was ungewöhnliches außergewöhnliches passiert natürlich immer schön umgucken Freunde ist klar ich bin nicht allein so letzter Wagen dann haben wir es pass auf jetzt der letzte Wagen jetzt kommen sie gleich alle wieder um die Ecke die wollen es dann gleich wieder wissen so ganz schnell Kollege das schaffen wir jetzt auch echt jetzt jetzt muss der Baumstamm äh Baumstumpf da am Weg sein Dankeschön ich hab's gewusst ich hab's gewusst der letzte Wagen und der kommt wo bist du komm her da ist er oh und direkt ausgenockt ach hier Freunde wie ein Profi komm ich nehm dich mal mit rein ich zeig dir meine Base ist aber schön dass du zum Essen bleibst so warte mal hatte ich jetzt Knochen gehabt nein Knochen hatte ich keine mehr ja ich wollte gerade sagen du hier kriegst du oh Feder auch Feder okay krieg ich nicht mehr oder krieg ich dich krieg ich dich ich hab dich du brauchst aber lange zum Brennen du komm schon beeil dich mal ich muss hier meine meine Türme fertig bauen Dankeschön so okay warte mal ballern wir jetzt hier noch mit rein okay dann hab ich ihn nämlich da drin sehr schön so warte mal jetzt erstes mal hier das Brückchen hier fertig gebaut so hab ich mich hier wegen schon mal die Brücke fertig sehr schön hier wieder eine Sache weniger so jetzt machen wir nämlich hier so muss man hier langsam mal vorwärts gehen kann ich angehen dass das hier alles so ewig lang dauert so so noch zwei Stück sehr schön so warte mal da brauchen wir auch gleich wieder so ein Seil also machen wir uns auch gleich wieder dran so warte mal wo war das Seil gewesen nochmal hier war das mit dem Bauen okay okay das hier war es nicht Baumseilrutsche okay wo war das hier Kletterseil da haben wir es dahin sehr schön herrlich Freunde einfach nur herrlich so und jetzt mach ich hier auch wieder eine Brücke drüber äh schon wieder Falsches hier muss ich hin so war die Brücke gewesen die Brücke die war gewesen hier Baumbrücke so dahin und dahin so warte mal wie viel brauchen wir da jetzt viel kann es nicht sein Freunde das seht ihr aber ich komme heute gut vorwärts und das trotz Fight ah sehr schön hier noch eine Baumbrücke fertig jawohl hier so habe ich mir das vorgestellt so dann kann ich ja wenigstens schon mal hergehen und kann schon mal die restlichen Baumstämme hier in den letzten Turm reinballern letzten Turm kriege ich heute leider wieder nicht fertig aber ihr Freunde wenigstens hier das schon mal aber ich weiß gleich was ich noch machen werde so ein zwei Kleinigkeiten die mach ich gleich noch so warte mal hier die zwei auch noch wie viel würden mir hier jetzt noch fehlen ok wir fehlen jetzt hier noch zwölf Stück zwölf Stück würde ich hier noch brauchen aber ist jetzt egal weil jetzt mache ich jetzt mal was anderes jetzt gehe ich erst mal her ich habe noch Seil ok warte mal weil so für die Beleuchtung zwischendurch brauchen wir dann noch mal was so wo waren denn diese Hängelampen gewesen Hängelampen Hängelampen da Hängelampen 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 ok warum komme ich da jetzt nicht dran hallo geht noch ok so geht das wenn ich das so mache dann geht das Moment so ok warte mal hier zack so da hin eine so und da muss auch eine hin gehen ein bisschen zurück oh zack da hin einer ok ok warte mal das muss ich von oben machen das machen wir von oben ach ja ist doch mal gut jetzt wie viele denn noch so habe ich wegen schon mal einen Eingangsbereich der leuchtet ok ich habe jetzt nichts mehr was wollt ihr denn andauernd ich habe hier nichts für euch bei mir ist hier kein Tag der offenen Tür hier Leute wie wäre es wenn ihr einfach mal ganz ruhig bleibt ja oh es kommt ja nichts mehr ja hier würdet ihr gerne reinkommen ne hätte die gerne boah kriege ich dich auch mal boah irgendwie erwürge ich den da unten nicht du aber jetzt habe ich ihn jetzt habe ich ihn oh ich habe hier einen Anführer umgebracht jetzt hauen sie alle ab du zeig Dinge oh nee da kommen die nächsten ach nee ey Freunde das gibt es doch nicht wo kommen die denn alle her die ganze Insel besucht mich ok ist in Ordnung naja machte mal machte mal ich gehe mal wieder nach unten ich habe ja diese dieses magische Kraftfeld was sich Wand nennt so ok Freunde dann würde ich sagen ich mache hier heute an der Stelle Feierabend lassen wir hier draußen einfach mal wüten und machen und was weiß ich nicht alles und dann würde ich sagen wir sehen uns zur nächsten Folge ich bin hier gut vorangekommen so Freunde also tschau tschüss